hallo und seit herzlich willkommen zu einer neuen runde aber diesmal wieder ohne ton weil ich hab noch nicht kapiert wie man mit shadowplay ton oder das mikrofon aufnehmen also trotzdem ich hoffe dieses gameplay gefällt euch und dann sehen wir uns vielleicht bei der nächsten runde mit mikrofon so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017